Hallo, hier ist wieder Papa Schnupp aus Altena. Heute haben wir hier Vitali und dort haben wir David. So, die beiden werden jetzt eine Kombiübung zeigen. Okay, Leute, seid ihr bereit? Ja. Okay, dann lasst mal krachen und los geht's. Zack, hoch, in Nacken, Kniebeuge, hoch, zack, kreuzeln, runter. Hoch, Nacken, runter, hoch, zack, kreuzeln, runter. Komm, Ladies, das ist Wellness. Das sieht sehr locker aus, was da ist. Komm, weiter, hopp, an, komm, komm, wunderbar. Last, Nenni, nice, warm. Komm, Ladies, komm. Komm, guckt nach vorne, strengt euch an. Das ist kein Softball noch hier. Und komm, weiter, weiter, weiter. Hier, guckt euch den Rücken an. Hoch, komm, und weiter, hoch, rollt er, und weiter. Also, Leute, das ist hier Wellness-Training mit den Jugendlichen. Ich würde sagen, eine Wiederholung waren die Ladies noch. Komm, David, ja, komm. Okay, Leute, das waren Vitali und David aus Altena. Euer Papa Schumpf. Tschüss.